Hallo, liebe Provite-Freunde! Übermorgen am Donnerstag, 7. Dezember um 20 Uhr, werden wir mit Ernst Hammes über die EM oder effektive Mikroorganismen sprechen. Ich behaupte jetzt, wir könnten so ziemlich alle Probleme dieser Welt lösen, wenn wir dieses Wissen überall anwenden würden. Seid ihr neugierig? Dann merkt euch dieses Datum. Wir sehen uns dann am Donnerstagabend. Ach ja, und den Link zum Zoom werden wir auf der Homepage und in den Telegram-Kanälen veröffentlichen. Und jetzt sende ich euch viele liebe Grüße und wir freuen uns auf ein zahlreiches Publikum. Dankeschön! 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 Dankeschön!